Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie hier zur Fortsetzung unserer Plenarsitzung nach der Mittagspause. Ich hoffe, Sie hatten einen guten Appetit. Eingegangen und an Ihren Plätzen verteilt ist ein dringlicher Entschließungsantrag Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, deutliche Fortschritte bei der digitalen Ausstattung und der Pädagogik im Rahmen des Landesprogramms Digitale Schule Hessen für mehr Bildungsgerechtigkeit und individuelle Förderung. Drucksache 19 ist nicht eingegangen, liegt noch nicht auf Ihren, dann stelle ich das gerade zurück und wir rufen das später noch einmal auf. Dann rufe ich auf Tagesordnungspunkt 49 auf, dies ist der Entschließungsantrag Fraktion der CDU, Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Hessens kulturelle Schätze in ländlichen Regionen sichtbarer machen, kulturelle Teilhabe fördern, Drucksache 20-8533. Dies ist der Setzpunkt von Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Als Erstes darf ich Frau Schmidt ans Rednerpult bitten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute ist Insiderwissen gefragt. Kennen Sie die Geschichte vom Riesen Uralt und der Köhlerhexe, der Wölfenhöhle, den Rittern von Elkerhausen oder vom Schinderhannes, den es ins Lahntal verschlug? Nein, das lässt sich diesen Sommer nachholen. Denn auf einer mobilen Bühne werden die Geschichten durch kleine und große Märchenerzählerinnen, Musikerinnen, fantasievolle Kostüme und Requisiten lebendig. Die Märchen von Wellenschlag 22 spielen heute 20 Konzerte in vier verschiedenen Reihen an acht verschiedenen Orten, jede Reihe mit anderen KooperationspartnerInnen. Die reichen vom Kindergarten über die Grundschule, über den Theaterschule, Kulturverein, Märchenhaus und den Magistrat der Stadt Weilburg. Alle sind mit im Boot. Begonnen von der Kreismusikschule in Oberlan fördern wir in diesem Jahr mit der Neuauflage unseres erfolgreichen Open-Air-Programms ins Freie 2 ein Projekt, das hohe Wellen schlägt. Wellenschlag 22, ein hochkarätiges Kulturprogramm unter freiem Himmel. Es steht für Gemeinschaft, für Kooperation und für kulturelle Teilhabe, Kultur also in ihrem besten Sinne, und das in diesem Jahr schon zum zweiten Mal. Eine Erfolgsgeschichte, die durch unsere Förderung fortgesetzt wird. Doch damit ist das Projekt nicht allein. Hinzu kommen in den ländlichen Regionen viele weitere Open-Air-Veranstaltungen, die wir durch ins Freie fördern. Denn wir haben insgesamt 1 Million € der Mittel für Freiluftveranstaltungen abseits der Ballungszentren reserviert. Das machen wir ganz bewusst. Ich will Ihnen sagen, was uns mehr als 1 Million € wert ist. Kulturpolitik ist für uns nicht nur Stadtpolitik. Kulturpolitik, das ist Hessen. Nicht nur Ornament, sondern Fundament. Das ist Kultur, ein Fundament, auf dem unsere Gesellschaft steht und auf das sie baut. Das bedeutet viele kleine Spielstätten, soziokulturelle Zentren, Kulturvereine, Orchester, Chöre, Künstlerinnen und Künstler und viele mehr, die ich jetzt nicht nennen kann. Sie alle zementieren das Fundament, ein fester Grund, auf dem wir stehen, ein starkes Fundament für Stadt und Land, eine solide Basis für Hessen. In den ländlichen Regionen wird dies alles gefestigt von zahllosen Ehrenamtlichen, kreativen Ideen, indem wir gemeinsam die Ärmel hochkrempeln. Wir alle erleben, dass Kultur tief in unserer Gesellschaft wirkt, dass sie Menschen begeistert und dass sie Menschen zusammenführt. Dabei ist es unabdingbar, dass wir mit unseren Förderprogrammen auf die individuellen Besonderheiten vor Ort reagieren können, nicht nur punktuell, sondern auch in der Fläche. Übrigens ein wichtiger Gedanke, wenn es um den demografischen Wandel und die gesellschaftlichen Probleme der Ausdünnung ländlicher Regionen geht. Jetzt bitte ich die Abgeordneten der AfD, einmal genau zuzuhören. Es gibt sie nicht, die Kultur genauso wenig wie den ländlichen Raum. Stattdessen, sehr geehrte Damen und Herren, haben wir in Hessen unterschiedlichste Regionen, verschiedenste Herausforderungen und in unserem Bundesland ein vielfältiges und knallbuntes Kulturangebot. Diese Kultur ist nicht staatlich verordnet. Eine demokratische Gesellschaft ist immer auch eine pluralistische Gesellschaft. Kultur bedeutet für uns Vielfalt. Ich will Ihnen erklären, wie wir diese Vielfalt unterstützen. Mit unserem erfolgreichen Förderprogramm Kulturkoffer zum Beispiel wurden in acht Ausschreibungsrunden bereits 250 Projekte aus den unterschiedlichsten Sparten gefördert, knapp die Hälfte davon in unseren ländlichen Gebieten. Der Sinn dahinter ist, dass wir Kindern und Jugendlichen den Zugang zu Kunst und Kultur ermöglichen, und das unabhängig von Herkunft, unabhängig vom Wohnort und unabhängig vom sozialen Umfeld. Und warum? Kulturelle Bildung prägt den Menschen. Sie bewegt seine Persönlichkeit. Sie ist ein Motor für die Entwicklung und begleitet uns bei gesellschaftlichen Veränderungen. Genauso wie der Kulturkoffer wirken unsere Musikschulen. Sie sind unverzichtbarer Bestandteil. Sie sind Zentren der Bildung und der Kreativität. Musizieren stiftet Identität. Herz, Hand und Verstand kommen hier zum Gleichklang. Deshalb versuchen wir mit den Kommunen zusammen, eine langfristige, bessere und tragfähige Unterstützung zu schaffen, auch in dem Bewusstsein, dass wir noch ein Stück des Weges vor uns haben. Aber gerade deshalb liegen uns die Musik schon so sehr am Herzen. Ohne Musik wäre es in unserem Land still. Dem wirken wir entgegen. Besonders wertvoll ist uns auch die Förderung der Landkulturperlen, mein persönliches Lieblingsprogramm. Mit ihnen treiben wir die kulturelle Bildung und Teilhabe von Menschen besonders in den ländlichen Regionen voran. Wir haben das Programm nicht nur verstetigt, sondern sogar noch aufgebaut. Mittlerweile reicht die Perlenkette vom Werra-Meißner-Kreis über den Land-Dill-Kreis bis zum Landkreis Bergstrafe. Das sind nur ein paar von Norden nach Süden. Nicht nur Einzelprojekte, sondern auch ein Wir-Gefühl soll entstehen. Akteure sollen sich vernetzen und neue Impulse entwickeln. Dabei entsteht die Möglichkeit, aktiv mitzugestalten, sich Gehör zu verschaffen und Potenziale zu entfalten. Das ist heute wichtiger denn je. Denn was könnte mehr Identität stiften als Kultur? Stellen Sie sich vor, in Ihrer Nähe gibt es keine Kinos, keine Museen, keine Konzerthäuser oder Theater. Wie still wäre es dann? Umso wichtiger sind die sozokulturellen Zentren. Sie schaffen teilweise unter abenteuerlichen Bedingungen erstens Zugang zu kultureller Bildung, zweitens generationenübergreifende Teilhabe, und drittens die Bindung an die Region, und das in der Stadt und auf dem Land. Sie sind demografischer Anker, sie sind Haltepunkt, und sie wirken der Landflucht entgegen. Genau aus diesem Grund haben wir in der vergangenen Legislatur die Mittel von 450.000 auf 946.000 € verdoppelt. In dieser Legislatur haben wir noch einen draufgesetzt. Die Mittel wurden erneut verdoppelt, insgesamt vervierfacht, auf knapp 2 Millionen €. Das ist ein großer Erfolg. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90 und des BÜNDNISSES 90 und des BÜNDNISSES 90 und des BÜNDNISSES 90 Ich bitte, hier keine Äußerung von der Regierungsbank zu tätigen. Ich sage Ihnen voraus, eine ist besonders gefährdet durch das Demokratieverständnis, das sich in der Soziokultur entwickelt. Menschen mit Kultur denken nach, sind kritisch und fallen nicht auf Brandstifter oder Rattenfänger herein. Auch deshalb entwickeln wir die Kulturpolitik in Hessen in unserem Beteiligungsprozess um den Masterplan Kultur gemeinsam weiter für die Sicherung der kulturellen Vielfalt, für mehr Widerstandsfähigkeit in der Kultur, für eine hessische Kulturpolitik der Zukunft. Sie alle lade ich hier in den Sommerferien ein, die ein oder andere Kulturveranstaltung zu besuchen. Dort werden Sie erfahren, Kultur ist Vielfalt und Begegnung. Sie werden erfahren, Kultur fördert den gesellschaftlichen Diskurs. Sie werden erfahren, Kultur ist Grundbedingung für Demokratie. Uns GRÜNEN geht es um Teilhabe an Kultur und damit an der Gesellschaft, egal ob in der Stadt oder auf dem Land. Deshalb unterstützen wir die Kultur von Herzen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Für die FDP-Fraktion hat sich nun Herr Dr. Naas zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Förderung von Kunst und Kultur ist Staatsziel in Hessen. So steht es in unserer Verfassung. Hinter diesem Anspruch stehen wir Freie Demokraten voll und ganz, denn Kunst und Kultur sind Töchter der Freiheit. Aber in der Corona-Krise hat sich gezeigt, zu oft kommen Kunst und Kultur zu kurz, und leider gerade bei dieser Landesregierung. Deswegen möchte ich mich dem Dank von Miriam Schmidt an die vielen Künstlerinnen und Künstler hier anschließen. Wir teilen nämlich die Sorge um die Kultur in Hessen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Künstlerinnen und Künstler sind der Kern unserer Kultur. Sie leisten Großartiges, und das zum Trotz von sehr schwierigen wirtschaftlichen Bedingungen und mangelnder Unterstützung, gerade der Solo-Selbstständigen, durch die Landesregierung in den letzten beiden Jahren. Die meisten haben es trotzdem geschafft, weil es ihnen um die Kultur an sich geht. Meine Damen und Herren, unsere Kultur- und Kunstszene in Hessen ist sehr vielfältig. Wir haben die Staatstheater in Kassel, in Darmstadt, in Wiesbaden, aber auch freie Theater wie Drei Hasen oben. Wir haben die junge Musik Hessen. Wir haben ein Museum für elektronische Musik in Frankfurt. Wir haben das große Städel und das kleine Heimatmuseum in Sulzbach am Zaunus. Wir Freie Demokraten wollen eine vielfältige Kultur, aber wir wollen auch eine freie Kultur. Frau Ministerin, und wir wollen vor allem Kultur für alle Menschen. Wir wollen Teilhabe. Für diese Teilhabe braucht es einen Zugang, braucht es kulturelle Bildung. Denn wer nicht weiß, wie Museen die eigene Fantasie anregen können, wer keinen Abend in der Oper je verbracht und erlebt hat, wer nie auf einem Festival wie der Sommerwerft war, dem wird das Salz im Leben fehlen, wie es eben die Kultur vermittelt. Meine Damen und Herren, kulturelle Bildung muss bei Kindern und Jugendlichen anfangen. Was für eine Fantasie hatten wir als Kinder, welche Fähigkeit, unbefangen zu malen oder beim Theaterspielen in eine andere Rolle zu schlüpfen? Der Regierung scheint leider diese Fantasie abhandengekommen zu sein. Beifall Freie Demokraten, vereinzelt SPD, vereinzelt SPD, Freie Demokraten, vereinzelt SPD, Freie Demokraten und DIE LINKE Um alle Kinder und Jugendlichen in Hessen zu erreichen, muss kulturelle Bildung erstens niederschwellig sein und zweitens überall vertreten sein, und zwar in Stadt und Land. Meine sehr verehrten Damen und Herren, aber was macht die Landesregierung, um den Zugang zu Kunst und Kultur zu vereinfachen? Sie macht wenig. Das Wenige ist in dem vorliegenden Antrag mühsam zusammengetragen. Dazu gehören der sogenannte Kulturkoffer, die Landkulturperlen und die Unterstützung der soziokulturellen Zentren – alles tolle Namen, Kulturkoffer, Kulturperlen. Aber, meine Damen und Herren, eine Schwalbe macht noch keinen Sommer, und eine Einzelmaßnahme auch kein Konzept. Mit Kultur aus dem Koffer ist es auch nicht getan. Denn, meine sehr verehrten Damen und Herren, mit wenigen Einzelmaßnahmen plus einer Presseerklärung ist das insgesamt hier zu wenig. Dann bin ich bei dem Thema, das Sie, Frau Kollegin Schmidt, angesprochen haben. Wo bleibt denn der Masterplan Kultur? Frau Ministerin, das ist seit Jahren angekündigt. Erst sollte er im Frühjahr 2022 – das glaube ich, dieses Jahr – vorgestellt werden, dann im dritten Quartal. Jetzt heißt es, Ende des Jahres soll er vorliegen. Frau Dorn, dann sind Sie vier Jahre im Amt, Frau Ministerin, und wursteln immer noch an der Bestandsaufnahme. Wann fangen Sie denn eigentlich mit der Umsetzung an? Der Masterplan sollte nämlich nicht nur den Status quo beschreiben. Wir brauchen, meine sehr verehrten Damen und Herren, auch konkrete Umsetzungsschritte in der Breite. Dazu gehören auch alle Ministerien. Es sind nämlich alle Häuser in die Pflicht zu nehmen, denn kulturelle Bildung ist ein Querschnittsthema, und da müssen alle gemeinsam ran. Deswegen müssen wir flächendeckend die sogenannten dritten Orte als besondere Orte der Kultur stärken. Gerade im ländlichen Raum brauchen wir niederschwellige Orte der Kultur, Wohnzimmer eines Ortes wie die Bibliotheken. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist eben sehr schade, dass Sie unsere Vorschläge zur Stärkung der Bibliotheken abgelehnt haben. Denn Bibliotheken haben für die kulturelle Bildung eine riesige Bedeutung. Deswegen sage ich es hier gerne noch einmal. Sie müssen sonntags öffnen, und sie müssen gebührenfrei sein. Meine Damen und Herren, eine stärkere institutionelle Förderung braucht es auch bei den Musikschulen. Da finde ich den Passus Ihres Antrags, liebe Kolleginnen und Kollegen von den GRÜNEN, schon frech. Die SPD hat vor anderthalb Jahren einen Gesetzentwurf dazu eingereicht, und seitdem ist nichts passiert. Die Förderung der Musikschulen durch das Land liegt in Hessen bei gerade einmal fünf Prozent, und das ist vollkommen unzureichend. Hier muss die Landesregierung mehr tun. Bibliotheken und Musikschulen müssen endlich besser gefördert werden. Meine Damen und Herren, zu guter Letzt, kulturelle Bildung braucht auch nachhaltige Strukturen. Deswegen brauchen wir ein Kulturbudget, und zwar für jede Schule. Die Projekte, die bisher gefördert werden, sind nämlich zeitlich begrenzt, und sie kommen nur ganz wenigen privilegierten Schulen zugute. Meine Damen und Herren, unsere Forderung ist deswegen, schaffen Sie ein Kulturbudget in Höhe von 15 € pro Schüler. Das hätte viele Vorteile. Die Schulen könnten eigene Schwerpunkte setzen, sie könnten den Bus zum Theater bezahlen oder die Kooperation auch mit den lokalen Künstlergruppen. Ein Kulturbudget für jede Schule ist unbürokratisch. Es gibt endlich Planungssicherheit, und es kommt in die Breite. Wir meinen jede Schule, Frau Kollegin. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Hessens Kultur kann sehr viel mehr, als in Ihrem Antrag steht. Miriam Schmitt, warum habt ihr nicht mehr Mut? Warum gibt es nur diesen Koffer? Ist das der Wumms und die Energie, von der der Ministerpräsident heute Morgen sprach? Mit einem Koffer ist es beileibe nicht getan. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten des BÜNDNISSES 90 – Zuruf des Abg. Janine Wissler – Zuruf des Abg. Janine Wissler Kulturelle Bildung in Hessen braucht endlich ein Konzept. Kultur muss alle erreichen, von klein bis groß, von Stadt bis Land und von der Grundschule bis zur beruflichen Schule. Also, meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie uns konkrete Umsetzungsschritte planen. Bringen wir die kulturelle Bildung mit einem Kulturbudget in die Breite. Wir müssen raus aus der privilegierten Förderung der GRÜNEN. Das würde die kulturelle Bildung in Hessen wirklich weiterbringen. Stellen Sie bitte endlich den Koffer beiseite, und kommen Sie ins Kulturland Hessen, das für alle offensteht. – Sehr vielen Dank, meine sehr verehrten Damen und Herren. Für die AfD-Fraktion bitte ich nun Dr. Grobe nach vorne ans Rednerpult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete! Als ich den Antrag der GRÜNEN las, erinnerte ich mich sofort an das Lied von Police, »Di, du, 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 di, da, da, da!«. Dort geht es nicht, wie Sie sicherlich vermuten, um Babysprache, sondern, wie es Sting ausdrückte, um Banalität, um den Missbrauch von Börwörtern. Es geht darum, dass die Bürger von den Politikern hinters Licht geführt werden. Also ähnlich wie mit Ihrem täglichen Gender-Gaga – das zeigt sich deutlich beim Titel Ihres Antrags – Hessens kulturelle Schätze in ländlichen Regionen sichtbarer machen, kulturelle Teilhabe fördern. Das hört sich erst einmal positiv und unterstützenswert an. Denn der normale Bürger verbindet damit die kulturellen Schätze Hessens und was die eigene Identität unseres Landes ausmacht – etwas, was zu hegen, pflegen und stärken gilt. Wenn man auf die Internetseite Hessentourismus geht, findet man diese auch. Es geht um Kulturschätze, die man in der Barockstadt Fulda, der Jugendstilmetropole Darmstadt oder im UNESCO-Weltkulturerbe Oberes-Mittelrheintal findet. Es geht um Sehenswürdigkeiten wie das Niederwalddenkmal mit der Germania, dem Herkules in Kassel oder die Statue des Keltenfürsten am Glauberg. Und natürlich auch die hessischen Wanderwelten, deren Wege das reichhaltige, kulturelle Erbe beleuchten, also Burgen, Schlösser oder auch der Märchenwald der Brüder Grimm, der Reinhardswald. Doch am Reinhardswald sieht man, was Sie für unsere kulturellen Schätze wirklich übrig haben – nichts. Denn alles, was mit Tradition, Identität und unserer Geschichte zu tun hat, ist Ihnen, Frau Ministerin, ein Dorn im Auge. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Hören Sie doch bitte zu. – Doch jetzt stellt sich sogar die Natur selbst in Form einer gut sieben Zentimeter großen Haselmaus gegen die ehemalige Naturschutzpartei. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – – vemos Ớ – Es geht Ihnen auch in Ihrem Antrag deutlich. BV. Jamal ish, Frau Ministerin Also ein Antrag der Regierungstragenden Fraktion, der aus unserer Sicht nur für eines zum Recycelen vom Papier teut formiert. Beifall bei Abgeordneten der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN – Zurufe von der CDU– Beifall bei Abgeordneten der CDU, des EH blindness – Zuruf von der CDU und der SPD – – – Zurufe von der CDU – Weitere Zurufe von der CDU und der SPD Nach dem Motto, wir tun alles, um dem bereits in ethnischer Hinsicht bunten Hessen auch bei der kulturellen Ausgestaltung seines ländlichen Raumes zweifelhafte Vielfalt zukommen zu lassen. Anders ist es nicht zu erklären, dass Sie wieder einmal Unsummen in der linken Subkultur versenken wollen, die ohne staatliche Förderung schon vor dem ersten Projekt pleite wäre. Denn der normale Bürger will mit Politkunst nichts zu tun haben. Auf der Strecke bleiben dürfte dabei die Identität Hessens, welche sich in dem bunten Mischmasch aufzulösen droht. Dem treten wir entschieden entgegen. Denn wir setzen uns dafür ein, dass insbesondere solche Artefakte früheren und gegenwärtigen hessischen Kulturschaffens gefördert werden, welche als Träger deutscher Kultur mit hessischer Ausprägung in Betracht kommen. Hierzu gehören zum Beispiel das Geburtshaus Goethes in Frankfurt am Main, ebenso wie die mutmaßlich letzte Ruhestätte Hindenburgs in Marburg an der Lahn. Doch wahrscheinlich bekommen schon bei der Erwähnung Hindenburgs nicht nur die Genossen linksaußen Schnappatmung. Beide Persönlichkeiten prägen Phasen der deutschen Geschichte mit. Ihr Schaffen ist aus jenen Phasen heraus zu begreifen und darf nicht mit heutigen Maßstäben bewertet werden. Schließlich sind sowohl Goethe als auch Hindenburg Kinder ihrer Zeit. Die derzeit im öffentlichen Raum zu beobachtende moralisierende Geschichtsbeitrachtung lehnen wir entschieden ab. Denn sie ist erkenntnisfrei und identitätszerstörend. Zudem verbrennt sie unnötig Steuergeld. Zu den Musikschulen haben wir bereits in früheren Plenardebatten ausführlich Stellung genommen. Nur eines dazu. Wir stehen diesen nach wie vor positiv gegenüber, möchten diese aber in den Bereich des Kultusministeriums überführen und an die öffentlichen Schulen angliedern. Damit würden sie den Musiklehrern auch finanziell helfen. Diese wären sicher dankbar, wenn sie ihnen in der heutigen Zeit, in der durch ihre Politik alles teurer wird, ein wenig unter die Arme greifen können. Wir bitten daher, bei der Abstimmung über diesen Punkt vier getrennt abzustimmen. Da alles zu dem überflüssigen Schaufensterantrag gesagt ist, gebe ich Ihnen einmal etwas Konstruktives mit auf den Weg. Schaffen wir gemeinsam ein hessisches Kulturfördergesetz als Beitrag zu einer systematischen Stärkung der deutschen Leitkultur, nicht nur im ländlichen Raum, sondern in ganz Hessen. Das nimmt auch der Bürger positiv auf und fühlt sich nicht wieder hinter die Fichte geführt. Denken Sie an das eingangs zitierte Lied von Police. Dort heißt es übersetzt, Poeten, Kirchenmänner und Politiker verdanken Worten ihre Stellung, Worten, die nach deiner Unterwerfung schreien. Noch eine Frage an die Kollegin Schmidt von den GRÜNEN. Wer sind die Ratten, die von den angeblichen Rattenfingern gefangen werden? Sind es die Bürger? Vielen Dank. Applaus Für die Linke bitte ich nun die Fraktionsvorsitzende Frau Kuller ans Rednerpult. Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Nach dieser Rede hat sich selbst die Germania vom Rhein, von Frankreich abgewendet und sich drohend Richtung Landtag gewendet. Ich bin wie wahrscheinlich viele von Ihnen im ländlich geprägten Hessen auf dem Land aufgewachsen, nämlich im schönen mittelhessischen Grünberg, genauer gesagt in Gübeln-Roth. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen das Dorf kennt. Wahrscheinlich nicht. Ich kann es nur wärmstens empfehlen, einen Besuch dieses Dorfs, vor allem mit einem Abstecher zum malerischen Wirrberg, mit der schönen Kirche und der evangelischen Bildungs- und Begegnungsstätte, also der ländliche Raum in Hessen. Dafür kann man echt viel Werbung machen. Das kann nicht schaden. Aber leider hat es auch viele Gründe, warum in unseren Dörfern, auch in Gübeln-Roth und Kleinstädten viele Häuser und Wohnungen leer stehen. Dazu gehört neben fehlender digitaler Infrastruktur zu wenig bezahlbarer und passender Wohnraum und fehlender ÖPNV, auch ein oft zumindest löchriges kulturelles Angebot. Das liegt nicht daran, dass sich die Kommunen im ländlichen Raum für Kultur überhaupt nicht interessieren. Vielmehr ist Kultur schlichtweg keine Pflichtaufgabe der hessischen Kommunen. Aber, wie der Kollege gerade schon gesagt hat, es ist Staatsziel des Landes Hessen. Kulturelle Angebote sind somit auch und vor allem von der Finanzkraft der jeweiligen Kommune vor Ort abhängig. Wir finden, Kunst und Kultur sollten allen Hessinnen und Hessen in ihrem direkten Nahumfeld zugänglich sein, unabhängig davon, ob sie in Bad Homburg oder in Oberseiberten-Roth wohnen. Ja, es gibt auch im ländlichen Raum in Hessen kulturelle Angebote. Das ist doch ganz klar. Neben Gesangs- und Tanzvereinen, Obst- und Gartenbauvereinen, ehrenamtlich betriebenen Heimatmuseen usw. Weiter bietet beispielsweise auch die Landesarbeitsgemeinschaft der Kulturinitiativen und soziokulturellen Zentren jährlich an die 3.500 Veranstaltungen an, unter anderem auch im ländlichen Raum. Aber vieles ist in den vergangenen Jahrzehnten weggebrochen. Das gehört auch zur Realität dazu. Vereine sind überaltert oder bieten nicht das kulturelle Angebot, das sich jüngere Menschen vielleicht wünschen würden. Deswegen ist es richtig und wichtig, dass die Landesregierung aktiv wird, um Kultur auf dem Land auch weiterhin zu unterstützen. Wir können der Wissenschaftsministerin nicht absprechen, dass ihr die Kunst- und Kulturlandschaft am Herzen liegt. Tatsächlich findet eine Stärkung der Angebote und eine höhere Finanzierung statt. Das ist auch in Ordnung. Schaut man aber im Detail hin, da gibt es doch noch sehr viel zu tun, gerade nach den Einschnitten der Corona-Pandemie. Sie hat dazu geführt, dass fast allerorts Kulturveranstaltungen im großen Stil abgesagt werden mussten. Viele Kulturschaffenden sind durch die Auswirkungen der Pandemie ihre ganze finanzielle Existenzgrundlage abhandengekommen. Das konnten auch die Hilfsprogramme von Bund und Land nicht abfedern. Kleine Kinos und Theaterstätten mussten ihre Türen für immer schließen, und Künstlerinnen und Künstler wurden in andere Berufe gedrängt und sind in ihrer Existenz bedroht. Deswegen wäre es dringend notwendig, auch jetzt noch Auffangsysteme für hessische Kulturschaffende, aber auch die gesamte Branche zu schaffen. Da ist das Gröbste noch längst nicht überstanden. Im ländlichen Raum wiegen die Ausfälle durch Corona natürlich auch noch besonders schwer. Dort, wo einige wenige Menschen Vereine am Leben erhalten haben, gibt es oft jetzt gar keine Zukunft mehr. Statt wohlwollender Sammelanträge und ein paar netten Worten mit dem, was man eh schon macht, muss die Landesregierung jetzt aktiv werden, um das Vereinssterben der kulturellen Vereine aufzuhalten. Jede Alltagserfahrung zeigt leider, dass es heutzutage nicht mehr ohne die Unterstützung von Hauptamtlichen geht. Es braucht vor Ort im ländlichen Raum Ansprechpartner, Koordinierungsstellen zu systematischen Unterstützungen kleiner Musik-, Gesangs- und Kulturvereine. So etwas in der Art steht auch in dem Antrag mit den Regionalmanagerinnen. Ob das jetzt der richtige Begriff ist zur Unterstützung der Kultur im ländlichen Raum, sei dahingestellt. Aber wir werden das sicherlich kritisch begleiten, ob dadurch auch wirklich Aufbauarbeit in der Fläche geleistet werden kann. Generell kann Teilhabe an Kulturen nur da ermöglicht werden, wo es auch kulturelle Angebote gibt. Dort, wo vieles weggebrochen ist, ist die kulturelle Förderung in Kita und Schule umso wichtiger. Sie findet im Idealfall kostenfrei und an jedes einzelne Kind gerichtet statt. Als vor Jahren das Je-Ki-Programm, das heißt jedem Kind ein Instrument, aufgelegt wurde und auch wenn es nicht ausreichend vom Land gefördert wurde, das war eben dann genau der Hintergedanke. Für viele der Kinder, die an dem Programm teilnahmen, war das die erste Gelegenheit, mit einem Musikinstrument in Verbindung zu kommen. Mit anfangs 70 Grundschulen wurde da ein guter Grundstein gelegt. Im jetzigen Programm Zusammenspielmusik könnte noch viel mehr gemacht werden, gerade bei der Anzahl der teilnehmenden Schulen. Das ist einfach noch viel zu wenig. Der Zugang zu Kultur für Kinder und Jugendliche im schulischen Kontext könnte generell viel besser sein. Theater und Musikpädagogik sollten eine wesentlich größere Rolle spielen, gerade nach Corona, damit junge Menschen den Raum bekommen, ihre Erfahrungen während der Pandemie auszudrücken und aufzuarbeiten. Leider gibt es dafür aber weder Raum in den Lehrplänen noch das nötige Personal. An hessischen Grundschulen fällt 80 % des Musikunterrichts entweder aus oder wird fachfremd unterrichtet. Es braucht endlich ein Fachkräftegewinnungsprogramm, auch für Musikpädagogen. Ansonsten sieht es bald ganz düster aus, mit der musischen Bildung in Hessen. Das bekommen auch die Musikschulen zu spüren. Auch die suchen händeringend nach Nachwuchs. Doch die Rahmenbedingungen, muss man leider so sagen, an den hessischen Musikschulen sind weiterhin katastrophal. Insbesondere die Situation der Honorarkräfte ist sehr prekär. In den meisten Fällen sind es keine sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnisse, es gibt keine Tarifbindungen. Aber auch Kunstschaffende, auch Musizierende brauchen eben Geld zum Leben. Wenn der Wille wirklich da ist, die Musikschulen zu stärken, dann braucht es endlich eine angemessene Erhöhung der Mittel. Da geht es nicht nur um die Haltung und Gewinnung neuer Fachkräfte, sondern da geht es auch um den sozialen Ausgleich. Aktuell zahlen nämlich hessische Eltern überproportional viele Gebühren für die Teilnehmer ihrer Kinder am Musikschulunterricht. Unsere Schülerinnen und Schüler bezahlen zwischen 61 und 80 % der Gesamtkosten ihrer öffentlichen Musikschule. Land und Kommunen bezuschussen die Arbeit lediglich mit 20 bis 36 %. Das geht gar nicht, meine Damen und Herren. Da braucht man sich auch nicht selbst für loben. Ein reiches Land wie Hessen sollte zumindest ein Drittel der Kosten tragen, ein Drittel die Kommunen, ein Drittel die Eltern. Aber selbst dagegen verwehren sie sich. Insgesamt muss auch das Land mehr dafür tun, dass kulturelle Angebote allen Menschen, auch denen mit sehr geringem Einkommen offen stehen. Teilweise sind Ticketpreise schon sehr hoch, wenn wir gerade an die sogenannte Hochkultur denken, die dann doch oft auch nur einem finanziell gut ausgestatteten Publikum zugänglich ist. Es ist gut und richtig, dass die hessischen Zentren der Soziokultur eine deutlich höhere Förderung bekommen sollen. Wie wichtig sie sind, das zeigt jetzt auch ihr Engagement für Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine. Die Unterstützung kleiner Festivals im ländlichen Raum ist auch begrüßenswert. Allerdings zielt das Programm ins Freie auf eine relativ schmale Zielgruppe. Da gibt es doch eine sehr enge inhaltliche Ausrichtung. Kleine Musikfestivals, wie ich sie jetzt besuche, kleinere Metal-Festivals, die von kleinen Clubs organisiert werden, mit denen ich mich auch sehr verbunden fühle, war es doch ziemlich schwer, an diese Fördermittel heranzukommen bei der Konzeption des Programms. Alles in allem sind es also ganz gute Ansätze, aber grundlegende Probleme wie die anhaltende Projekte RITES in der Kulturfinanzierung, die bleiben bestehen. Das können wir auch gerne immer wieder hier diskutieren. Vielleicht, wenn endlich einmal der Masterplan Kultur vorgelegt wird, da sind wir auch sehr gespannt. Wir finden, endlich muss ich etwas tun, grundlegend in der Finanzierung der Kultur, nicht immer nur Projekte. Wir brauchen endlich eine anständige Ausstattung, Musikschulen, Bibliotheken, Kulturszene. Vielen Dank.